Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Aufnahme von League of Legends. Dieses Mal ein 3 vs. 3. Ich spiele mit Tryndar Meier. Auf der Top-Lane oder willst du Top-Lane gehen? Ich würde ganz gerne, weil ich denke Cinch ist auf der Top am besten. Dann spiele ich auf der Bot-Lane. Mit dabei ist er. Dein Fortune mit Darius. Dann mit mir auf der Bot-Lane. Wir können allerdings switchen, falls es euch okay ist. Und der Aldilol nur 3 mit Zinscht auf der Top-Lane dann. Mal wieder. Und dem Gegner-Team weiß man es nicht genau. Na, da kann man nicht sagen, wo oder wie die Spiele. Ich würde mal schätzen, Cannon auf der Bot-Lane, äh Top-Lane. Cannon und Riot auf Bot und Arum am Top. Na, ich denke eher Amu wird sowas sein wie ein Supporter oder so. Ich könnte mir Tristan noch vorstellen, deswegen sind wir busy Nachteil, weil wir halt alle ähm... Na, kein Problem. Aber ich komme ja hin, mit meiner E. Ja, okay, ich meine, ich habe auch mein Fliegen, der während der Schwester leist. Hier wäre es bei einem Drink. Das Beste, hier kannst du ja zwei Dorans kaufen. Mh. 120 Schaden macht man jetzt direkt. Sind statt so ein Stachelkopf, guck dich das mal an. Es kann sein, dass die von hinten kommen, ne? Kann alles sein. Ja, wir haben aber Full-Tank, wir können relativ tanky spielen eigentlich. Naja, ich spiel eher Adi. Ich spiel Full-Tank. Ja, ich spiel halb. Adi, halb tanky. Ich bekomme ja je mehr Mann, desto mehr Leben habe ich. Mh. Könnte sein, dass die hier drunter sind. Und... Was ist jetzt los? Ich bin euer schlimmster Alp. Okay, da ist jetzt gerade das Gap abgestürzt. Punkt, Punkt, Punkt. Ach, jetzt seid ihr wieder da. Mh. War wahrscheinlich irgendein Internet-Lag oder so. Nein, bei mir war alles gut. Okay, die scheinen wohl... Ach, ich hab auch Momo einen Job. Okay. Hey. Oh, wie ich gesagt hab. Na. Süß. Und das erste, was ich von der Momo höre, lasst uns für immer Freunde sein. Ach, keine Hafe. Oh Gott, ich hasse es mir schon noch mehr. Fick dich. Ehh. Ich brauch meine Q. Scheiße, man, der macht mich schaden. Ich brauch meine Ehe. Wieso reden mir diese scheiß Minions nach? Sieh, die Minions brauchen hier so einen kleinen Einzelgang. Einzelgang. Schöter. Gimbi. Drauf. Komm, fliegt, 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 fliegt. Wo, 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 wo. Verdammt. Oh, renn, 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 renn. Lol, this flash. Das war der Scheiß. Da wollte ich mich unbedingt stun. Ähm, wie viel Leben hat die Tristana noch? Gar nix eigentlich. Ist die weggegangen oder habt ihr es gesehen? Die wird wahrscheinlich weggegangen sein. Die hätte nicht mehr so viel. Oh, dann könnte ich mir doch mal den Alter anbrachen. Aber ich weiß nicht, der kennt, der kommt da. Weißt du, ich weiß, ich kann mir das nicht. Fick dich, ey. Lass mich diesen Fässer da reinnehmen. What the fuck. Du wärst tot. Nein. Ah, war ein bisschen dumm, glaub ich. Dann nehmt ihn jetzt wenigstens unseren Alter ein. Haben wir doch, hab ich schon. Ja, ja. WTF? Nimm mal unseren, ach so, habt ihr, okay. Haha, da laufen Wölfe. Auf der Länge rum. Hm. Ich hab erkennen, der hat richtig Schaden gemacht. Hm, das kann. Shit, Tristan hat zwei Kills schon. Amomo wird später abwacken in dieser Scheiß-Uti. Wollen wir reingehen? Ich hab die Power des Gifts. Sag, warte. What the fuck. Wollen wir schon sagen, die machen Damage. Nein, warte, hier ist das Heal-Ding. Ach nein, das ist noch nicht da, oder? Hm. Das war... Amomo war da irgendwo top, glaub ich. Ja, er war's aber. Verdammt, Fail. Fail eh. SS. Hast du dein Grab ready? Da ist. Achtung, Kennen kommt von unten. Achtung, Kennen kommt, Kennen kommt noch. Alter. Wo ist die Schuchtel hin? Da ist sie. Boah, Junge. Der fuckt ab. Komm her. Wir vergasen ihn ein bisschen. Gut Job. Vergas, Brust verblutet. Und, ob Gas verblutet und ich neid? Und verbrannt. Ich kann gleich quämmen, also ich kann jetzt quämmen. Ich vergasen ihn richtig. Okay, das kann man jetzt bis jetzt weiter abziehen. Ähm, Amomo ist er, Achtung. Da ist er. Alter, ich hab 1200 Leben ohne irgendein... Doch, ich hab ein Leben also. Leben also. Ähm, geh am besten mal weg. Ja, ist glaub ich besser. Wenn ich Level 6 hab, komm ich runter. Oh, grad noch so geschafft. Da kam grad der Kenny. Mit fehl'n der hier? SS. Okay, ich hab grad Ulti bekommen, also kannst du... Oh. Trotzdem. Komm, wir vergasen ein bisschen die Viecher da. Och, komm, wolltest du die jetzt machen? Ja, ich brauch nur Level 6, du nicht. Äh, ich könnte... Ja, dann stiehen sie mir halt alle, du, du ungezogene Puppe. Du Schlawiner. Du Schlawiner. Aber wie er es sagt, dann könnte ich was drauf kommen. Ähm, ja Andreas. Wie der Eis kalt? Komm, wir rüber. Okay, vielleicht draußen. Wir wollen das. Was war das grade? Mein Handy. Ah. Vibrierend. Voll. Also Ristan. Geh weg. Boah, Tristana fuckt echt ab. Muss man schon sagen. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Och, nee. Ach, was fehlt... Was fehlt der jetzt noch hier? Ich glaub, er möchte dich töten. Tristana kommt auch noch. Och, Gott. Verpiss dich, ey. Oh, ist der? Okay, der verrückt. Nein. Nein, der verrückt mich. He flasht. Ach, aber der, die, die kriegen richtig auf die Fresse. Aber das sind nur welche, die kennen den Sinschen schweinend. Er kennen nicht den Sinschen, sondern Sinschen. Ähm, wo wird Level 6? Also passt auf, es ist. Achtung. Achtung, die kommen da, die sind dein Gewiss. Aber Mumu hat Öti, also passt auf. Oh. Nice. Was hat der da vor? Komm her. Oh. Cool. Achtung. Mensch, dann geh weg. Ich geh weg und beide sind LSS. in dem Widerspruch. Die sind nicht. Ich bin nicht. Oh, oh. Ich bin ein Schultes. Ich bin nicht von dir. die 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 toll die die weiter die 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 das Ding Stefan legt den auf und das ist nicht gewünscht jetzt vergasen wir die Viecher hier wie herzlich die dann immer durch die Luft fliegen das wäre weg wer hat das vergas totelie Faktor ich brauch's weg das war jetzt unfeuer gesehen Sonne hat mich gleich vor oh shit habt ihr Flash oder sowas? ja sowas nützliches hart Q canon geh weg geh weg egal wir haben noch einen alter im Endgame nehme ich die hat auseinander alter 100 Schaden pro Sekunde mach ich denen ne? mhm sehr schön Andreas einen großen Applaus Andreas renn da nicht alleine rein mach ich nicht du hast noch keine Magieresistenz und bist jetzt am Arsch tot na wie mein das lag, das lag flach ankel ey das lag, das lag, einfach langsam fang es an zu lügen der nächste gehört dir wenn du es schaffst hab ich Amomo gelten du hast ja Ulti, oder? ja, dann benutzt ihr einfach einen Stil ja, aber ich bin immer so weit hinten kauf die Schuhe Amomo ist selbst Achtung den kriege ich den kriege ich nur wegen der Ulti, ah ne der dürfte keine Ulti haben oh verdammt ey, warum konnte ich keine Ulti machen? was ist denn das? Irgendwie finde ich das jetzt scheiße lol btf was für lakkei was? was? was war das, bitteschön? das war kein das war einfach nur Backfall einfach durch die Gegend oh, steck der Tower scheiß Tower, ey ja so, wenn wieder, da musst du nur kurz niesen wieso? ach so, der hat sein Grab shit aber die rennen auch alle immer hinter die Sinch der ich liebe es einfach nur Sinch dass du vier Level über Tristana ernsthaftet okay, ging mehr Brindy aha, heute nicht scharpe die Ferefti good job endlich so, steht man sich ja auf Kilsa weiter und der schon wieder, oder? ich muss Back du stirbst ich glaub der stirbt noch ja der stirbt oder? der ist tot nein nö und da, der liegt immer so rum ey da hatte die Tristana die kriegen wir noch nein nein ich bin tot oh 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 Sonst hätte es uns sonst fessig gestorben. Das war glaube ich gerade ein bisschen gredy. Hast du Ulti Stefan? Nein. Achtung! Ah Mumu kitscht das Ding. Holt uns hin. 2300 Leer. Das zieht richtig. Was bringen diese Dinger überhaupt? Du kriegst ein bisschen Zusätze. Gold und so. Ja, Gold pro Kilo und so weiter. Vorsicht, ich muss mich mal kurz ein bisschen hochhielen. Also relativ viele drin, die bringen auch glaube ich ein bisschen... Nee, Angriffstämper nicht, keine Ahnung. Gold und ein bisschen Adi. Das sind lustige Zeichen da. Stimmt. Das bringt 3 Gold pro Tötung. 10% zusätzlich Angloser und 10% Fähigkeit stärker, wenn du alle hast. Das sind alle SS noch. Sie gehen alle zu Sanch? Mhm. Wollen wir drauf? Ich hab Ulti. Okay, komm. Ja. 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 Nein, 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 nein. Verdammt. Ja. Ja, ich bin halt nicht hingekommen. Ich hatte meine Ehe halt nicht. Ich bin jetzt weg. Tristana, die, 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 die ist, die muss vergast werden jetzt. Ich brauche mich jetzt... Äh, ja, das ist einfach... Oh, jo. Hier ist, hier ist, bringt Rockletexen, aber der größere Fündlinge ist. Bringt viel Ehe. Wo sind die gerade alle? Sagen wir... Nein, auf der Gott. Komm, gehen wir Tristana holen. Machen wir ekelschlund. Ehm, eh nicht. Hä? Machen wir? Ja, komm. Äh, ja, ich kann denken. Relativ lang, denke ich schon. Ja, aber du nicht so. Oh, nein, geh lieber weg. Da kommen alle. Andreas. Jetzt machen die, gleich. Ich schaff's nicht. Kommt drauf. Ja, und das Problem ist, wenn der Ulti hat. Der hat Ulti. Ich hab keine Ulti. Ja, jetzt sind die Ekelschlund und die, die... Jo. Die schockt nicht auch nicht, oder? Doch, natürlich. Die schockt nicht. Die schockt nicht. Nichts machen. Da geh ich vorher sterben. Boah, das ist... Wir müssen trinken, Tristana. Wir können, was die macht. Die hat jetzt... Und Kern. Das hat Amu heute Ulti gemacht, ne? Hm. Oh. Kommt, der Süßen. Komm, 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 komm. Komm, hinter mich kleiner. Bleib. Okay. Ich denke, der ist tot, weil durch mein Gift und dein... Ja, der ist tot. Ja. Ja. Wir nehmen das Ding ein. Andreas. Wir sind hier in der Aufnahme. Oh, stimmt. Dummes Kind, ey. Was machst du? Ja, der ist tot. Ich weiß nicht, irgendwie hat er doch ne Störung, oder? Ja, komm, 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 wie viel läuft hier schon wieder hin? Komm ich hier rüber? Oh, ja. Ja, ich geh mal kurz back. Ja, ich geh mal kurz back. Boah. Ja, ich geh mal kurz back. Boah. Ja, ich geh mal kurz back. Vorsicht, das sind alle. Ja, ich komm wieder runter. Nachdem ich den Topf vor dem Boot trippe. Nachdem ich den Topf... Ich bräuchte Hilfe. Ich bin auf dem Weg. Nein, 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 nein. Boah, dieser Kenntnis so scheiße, ey. Ganz ehrlich. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Scheiß Fische. Komm mal Mumu, rennt mir daher, ihr seid so schlau. Shit. Shit, die schaffen's. Wenn Ken jetzt noch stirbt, ich lach nicht. Ich lach nicht. Der stirbt nicht. Spät ist es jetzt. Shit. Ich weiß. Alter, ich hab einfach so... Ich hab einfach immer Fullmana. Eiskölf. Ich auch. Ich hab 50 Lebensregenerationen dann pro See. Alle 5 Sekunden, wenn ich meine Ulti anhabe. 50. 65. Boah, jetzt sind's nur 65 bei mir. Ähm, die sind grad alle SS. Ja, die machen wahrscheinlich den nächsten Ekelschlund. Ah ne, der wurde dann schon gesettet. Ich wette mit dir die trappen hier irgendwo. Du Face-Checks. Ähm, ich geh mal hier. Klein Ekelschlund wie ich. Kontrollen. Also dich setten. Da ist Mumu. Das die Mumie. Auf Tristana. Das Grab, ey. Ich verfolgen. Das Grab, ey. Jetzt verfolgen. Vorsicht, Andres. Wir sind alle nicht mehr da, ne? Ist mega. Weißt du, wie mega das ist? Good job. Du stirbst auch. Nice. Okay, jetzt wollen wir als Top-Tower. Ich weiß. Du bist halt der Gegner, wenn du halt einfach nur ein bisschen hinterher rennst. Mhm. Ja, mit 411. Alter, ich mach 100 irgendwas. Ich mach irgendwas mit 170, 80 pro Sekunde. Schauen pro Sekunde. Ekelschlund das wieder resettet machen wir. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Cool. Alter, siehst du doch der Vermatsch. Okay, ich geh weg, ich geh weg. Ich halte das leider nicht aus. Schaffst du das? shop. Jetzt gehen wir alle schön weg fort. Ich will nicht ekel auf die Füße, ich der dritten in jeder Scheißhöhle verpiste. Nee, oder 50 Gold fehlen mir. 600 AP und 3400 Leben, sagt das was? Okay, 45. Meine Kuh macht halt ja 240 Damage pro Sekunde. Und ich bin noch nicht voll wild. Ich glaube da war jemand, oder? Ja. Nee, er flasht. Oh, wie oft hat er denn diese Kuh kaputt? Boah, 685 ADL. Äh, okay. Ich komme. Ich finde den Dämpfer, der so süß ausgeht. Wollen wir draufgehen? Möchtet jemand mal in mein Gift reinlaufen? Nein, ich gehe lieber. Du kommst mit. Dam, 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 dam. Wenn hier jemand reinläuft. Du, du, du kommst jetzt mit. Du kommst jetzt mit. Du kommst jetzt mit. Und tot. Nice. Du, du kommst jetzt mit, ich geh ja nicht von, den Dive, Mann. Ich geh weg. Ich geh top. Weißt du was? Das halt ich davon. Zu viel, ich dich hingeworfen. Oh, ich geh weg. Lol, das Ulti. Klar, Ulti, okay. Brumm, 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 brumm. Glaubst du, ich kann den Tower-Dive aushalten? Du tankst gar nicht den Tower, aber egal. Egal. Ich hab aber getankt. Ich bin gestorben, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ach, wie schlimm ist das? Ich glaub, ich muss noch mehr von der Fähigkeit stärken. Ach, mein Gott, ey. Leandris Qual. Komm, noch was, was mir schaden. Sekunde macht. Ja, ich will mir noch Leandris Qual. Mach mal nicht fertig, das ist lustig, gerade. Naja, ich farm noch ein bisschen. Mein Umhang hat alles klaut. Das Spiel geht auch schon 27 Minuten. Das ist aber lustig. Lassen wir die Tristan nochmal ins Endgame kommen. Nee. Pass auf. Boah, das war grad. Alter, 3700 Leben. Lassen wir oben den Inhibitor zerstören. Nein. Doch. Dann geben wir ja automatisch, weil die nicht treffen können. Egal. Okay. Vektor. Ey, guck mal, in zwei Sekunden sind meine, sind die Viecher tot. Ich will gar nicht, wie ich nicht bin mit dem Tod. Wupp, wupp, wupp. Ich will den Inhibitor zerstören. Lass dir was an, einfach alles machen. Ja, genau. Ey, ey. Guck mal, wo ich rumrenne. Verrägt jetzt mal, Mann. Kommst du mit? Kommst du bezüglich mit? Kommst du mit, oder nicht? Okay. Hm. Du bist so langwerig. Komm, 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 komm. Ja, ähm. Du tankst, ne? Merkisch. Warte, Stefan. Hit. 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 Das war der schnellste Tower in der Welt. Nein. 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 Ignite OP. Titi. Titi. Hey, das ist lustig. Jo.